und wenn schleichen was also hören dich die viecher dann nicht oder ich glaube das eher für spieler damit die dich nicht hören aber ich habe es noch nie ausprobiert die leute ist außer typ das ist eine ganz kleine stelle hier war ich auch schon noch jemand anders da jetzt aber dick der typ jetzt kommt noch einer dann oben wir sind auch 16 damit sie hier hier ist die tür quasi dann geht das hier auf und dann kannst du darunter springen und dann aber da unten schild ein yeti den müssen wir killen um zu extrakten oder was ja ja oder wir schaffen es schnell genug den hebel zu betätigen da ist noch ein kobold um die ecke bei mir er kommt glaube ich da kommt glaube ich hatte ich komme hast du dir eine kiste vergessen glaube ich nicht gesehen vielleicht war nichts besonderes und bandagen und sowas kann man gegenstand eigentlich drehen oder ich glaube nicht ob das noch einer der ist hier um die eck links glaube ich um schütze aber jetzt kein bogen schütze aber du schlägst die ganze zeit auch nur mit dem mit dem einen durch zu oder nicht muss ich gleich gucken dass hier je nachdem und du links oder rechts kriegst das kann sein ja mach doch die andere kiste auf die gegend über ist du affe guckst du denn in die kiste die ich hier gerade aufmache ist doch egal oder nicht naja geht doch schneller ja wir können sich jetzt erst mal in sitzen setzen oh mein gott ist das genäßig naja ich hab zwei healthpots aber vielleicht mal für später benutzen oder so weißt du das mhm da kämpft jemand irgendwann auch nicht gegenseitig kämpfen die viecher ja nicht ne mhm so diese komische harpe das ist wie ein gegenstand den man anzieht einfach ja ich weiß aber noch nicht genau was der genau bringt irgendwie bedurcht der leute oder so irgendwie nach dem motto habe ich gelesen aber memory capacity keine ahnung was das heißt wir sind genau neben uns müssen aufpassen ich glaube sie sind unter uns ich habe sowieso ein bisschen eine befürchtung dass wir hier nicht lebenshaus kommen werden ja mal gucken naja theoretisch können wir jetzt raus ne ne wieso das noch in die mitte gehen ja aber du musst warten bis die zeit abgelaufen ist erst ab vier minuten oder so erst ab der mitte oder was ja irgendwie so jetzt sind wir wieder hier äh joa nehmen wir halt ne tür ne ne hier ist nur ne kiste wir haben die nicht gesehen warte war zu dunkel kommt da was oder ne ich hab dich immer wieder zugemacht was meine tasche ist jetzt eh fast voll mhm deswegen ja wir können achso muss ich noch rein oder was ja kannst du schon mal gucken was im Raum ist zumal ich probier das mal ich probier das mal achso ja aber hey ich hab das nicht was soll mit dem bringen mit zwei Däckern anzugreifen weiß ich auch nicht darf ich nicht ist doch genau dasselbe oder nicht wenn ich mit links oder mit rechts angreifen vor allem wenn die halt gleich welchen schaden haben weil ich ja ganz einfach mit links angreifen oder was meinst alex achso nacht joo tschau also links links ist bogenschütze rechts ist glaube ich noch nicht neuer noch mehr noch mehr noch mehr nicht eine bogenschütze denkmal lass dir das nicht rauskommen genau mach mal hierzu ey wieso was hab ich jetzt auch what the fuck er hat mich schon wieder gezogen das macht gar keinen Sinn das spiel genau auch raus ne joo nacht ja tschau hm magischer intakt das war so hm ich nehm die boots einfach mit zum verkaufen oder wie auch immer witzig heilen das äh nimm jetzt einfach halt dran wir haben jetzt nicht so viel zeit nimm scheiß halt dran und das war's und das versuchen so schnell wie möglich zu expekten also bevor wir expekten halt so schnell wie möglich noch Sachen zu holen der kollege warte 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 noch nicht weitergehen hier sind noch Pisten das ist nur mehr möglich glaube ich das weißt du doch nicht ne das ist keine mehr möglich das ist ein bogenschütze ne warte ne das sah halt die Lampen die Atenne sah so aus die Lampen die Atenne Dschungel hab ich sie verguckt achso das sind auch Gegenstände die einfach hier so rumliegen okay hier auf dem Regal war so ein Gegenstand ja ja gibt's auch die Laternen kann man ausmachen aha okay ja komm lass weiter ja lass mich nochmal mein loot sammeln okay hier wie jemand hängt da sagst du vielleicht wer der schlägt mich trotzdem die Klasse dass ich hier boh oh bohenschütze hinten warte ich ich geh mal zu den bohenschützen ne ja mal zu den mal okay nice noch einer ne kein gold was hat der cool 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 ne okay hier sind eine Skelette den können wir noch töten von mir aus das ist ja unfair ja warte mal ich kann die Boots ja diese grauen Gegenstände ja gegen die grünen eintauschen wir geben ja bestimmt mehr ne das hier brauche ich nicht so da sind zwei Kisten also hier ist noch ne die Kiste können wir nicht öffnen hier sind aber zwei Kisten hier ist noch ein Skill na weil du brauchst einen höheren Skill um die Kiste zu öffnen vielleicht kannst du sie öffnen aber ich kann die nicht öffnen die rechte der stand da du brauchst einen höheren Lockpicking Skill um die öffnen zu können so die nehme ich dann hier die zwei Kisten noch öffnen und dann verbissen wir uns nehmen wir die rechte oh Laterne das ist Müll oh da ist ein cooler Crusader Helm für dich kann ich nicht mitnehmen hast du noch irgendwelche Gegenstände die nur einen Slot verbrauchen da kann ich noch was mitnehmen ja habe ich also damit du halt Platz machst für andere Gegenstände so rum weißt du was ich meine ja habe ich ich habe hier äh noch hier vier Plätze sehr schön sehr gut dann lass mal los ja lass los naja wo bin ich hier rechts rechts ja wie man springt einfach runter oder was ja bist du hier ja Junge scheiß jetzt nicht letztlich geschafft zu aktivieren ja ja wir sind tot was welch ich aktiviere ja mach 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 ich probier's weil ich komm her ja ich komm ich komm ich komm ich komm oh er zieht jetzt auf nein ja und ich bin nicht drauf oh komm spring runter bitte ey das ist doch unfair ganz ehrlich ich hab's geschafft oh mein god das ist so lächerlich aber vielleicht kommt das Ding wieder runter ich weiß nicht keine ahnung vielleicht wenn ich das überlebe warte ja du hast noch zwei minuten nein ich meine hier sind übelst viele Viecher also ja wir sind ja noch Kobolde ne das ist auch Kobold ja das ist gut geil was sind das für beschissene Tränke die heilen über Zeit oder was ja ganz toll hinter dir ist einer hinter dir ist einer ja come on man wie ist denn Spaß ich fand's halt lächerlich weil ich stand auf der Plattform ich war neben dir und dann fährt die hoch und schubst und die Plattform ich glaub der Yeti weil er so fett war hat mich runtergeschubst ähhh leckt mich